Die ganze Welt schaut auf Amerika und auf einen Mann, der das Land führt oder auch nicht führt. Obwohl die Medien es verheimlichen, ist es klar, dass ein anderer Führer hinter dem Steuer in Amerika sitzt. Letzte Woche rutschte Joe Biden dreimal aus und stürzte, als er die Treppe zur Air Force One hinaufging. Fotos und Videos von dem Sturz sind überall im Internet zu finden. Das Weiße Haus beschuldigte den Wind, aber Führer und alltägliche Menschen auf der ganzen Welt bemerken Bidens abnehmende geistige und körperliche Gesundheit. Der ehemalige Trump-Berater Stephen Miller sagte Fox News, Zitat, ist eine nationale Sicherheitskrise, weil unsere Gegner auf der ganzen Welt das beobachten. Sie schauen auf die Vereinigten Staaten und ihr oberster Repräsentant kann nicht einmal durch ein einfaches Interview ohne einen Spickzettel kommen und fällt nicht einmal, nicht zweimal, aber dreimal im Versuch, an die Treppe hinaufzugehen. Das ist traurig, es ist extrem ernst, Zitat Ende. Heute besprechen wir einen Artikel von Herrn Stephen Flury, der dieses Thema genau bespricht. Es sind nicht nur ehemalige Beamte, die unter Trump dienten, wie Miller, die diese Aussagen machen. Auf der Wahlkampftour für die Präsidentschaftskandidatur verspottete Biden Präsident Donald Trump dafür, dass er bei einigen Gelegenheiten langsam Rampen hinauf und hinunter lief und sagte, Zitat, Schauen Sie, wie er Schritte macht. Schauen Sie, wie ich Schritte mache. Schauen Sie, wie ich Rampen hinauflaufe und er stolpert Rampen hinunter. Zitat Ende. Aber Bidens kürzliche Patzer sind nichts im Vergleich zu seinen anderen Aussetzern. Ein Präsident der Vereinigten Staaten bricht vor unseren Augen zusammen. Was bedeutet das für unsere Welt? Im Oktober sagte er versehentlich, Zitat, Wir haben, denke ich, die umfangreichste und umfassendste Wahlbetrugorganisation in der Geschichte der amerikanischen Politik zusammengestellt. Zitat Ende. Am 3. November stellte Biden einer Menschenmenge seine Enkelin vor, bezeichnete sie aber als seinen Sohn. Am 8. März vergaß er den Namen seines Verteidigungsministers und nannte ihn The Guy Who Wants That Outfit. Eine Anspielung auf das gesamte Militär der Vereinigten Staaten. Am 18. März verwies er auf Vizepräsidenten Kamala Harrison als President Harris. Jeder, der öffentlich spricht, macht oft Fehler, zugegeben. Aber Bidens umfangreiche Geschichte von falsch zitierten Statistiken, beleidigenden Kommentaren, Falschaussagen und verräterischen Kommentaren sind andauernd. Obwohl er groß von den Medien abgeschirmt wird, gelangen diese Patzer trotzdem in die Öffentlichkeit. Viele stellen nun nicht nur die Frage, ob er die geistigen Fähigkeiten hat, die freie Welt und die Vereinigten Staaten zu führen, sondern ob er die geistigen Fähigkeiten hat, seine eigene Partei zu führen. Die Menschen fragen sich, wer wirklich das Sagen hat. Einige seiner Aussagen könnten uns einen Hinweis geben. Im Oktober bezeichnet er sich als Kamala Harris' Running Mate. Als würde er sie unterstützen und nicht umgekehrt. Im Dezember bezeichnet er sie als President-Elect, die gewählte Präsidentin. Letzte Woche bezeichnet er sie als Präsidentin Harris. Die Fähigkeit unseres Oberbefehlshabers ist ein wichtiges, öffentliches Thema. Das sagt der politische Kommentator Steve Hilton gegenüber Fox News, nachdem Biden sich auf Präsidentin Harris bezog. Zitat ist es nicht nur dieser Patzer, es gibt fast jeden Tag einen davon, wo er zu vergessen scheint, wo er ist oder was er tut. Er stolpert und murmelt. Er hat eindeutig zumindest nicht die Energie, um den Job zu machen, aber ernsthafter, auf einer inhaltlichen Basis, muss man sich nur die Agenda anschauen, die verfolgt wird, um zu sehen, dass Joe Biden nur dem Namen nach Präsident ist. Zitat Ende. Journalist Lee Smith berichtete im November 2020, dass Harris wahrscheinlich ein Werkzeug von Barack Obama sein würde, um das Weiße Haus zu führen. Obama unterstützte Kamala Harris von Anfang an. Smith schrieb, Zitat, sie ist ehrgeizig und sympathisch und stellt ohne starke eigene Ideen oder Meinungen keine Bedrohung für Obama dar. Sie war Obamas ideale Erben. Ab die Wähler in den Vorwahlen fanden sie unecht und unsympathisch. Und sie war Anfang Dezember 2019 aus dem Rennen geflogen. Obama würde einen Weg finden, sie wiederherzustellen. Ab in der Zwischenzeit brauchte er ein Pferd, um durch die Vorwahlen zu reiten. Zitat Ende. Smith deutete an, dass Obama Biden unter Druck gesetzt hat, Harris als seine Kandidatin zu wählen. Dies würde es Obama ermöglichen, Kontrolle zu bewahren und durch Harris seine radikale Agenda umzusetzen. Harris übernimmt immer mehr präsidiale Aufgaben, da Bidens Gesundheit nachlässt. Und Obama beeinflusst die Politik hinter den Kulissen. Dies ist sicherlich der Grund, warum Barack Obama Washington D.C. nie verlassen hat. Der einzige moderne Präsident, der dies neben Woodrow Wilson, der einen Schlaganfall erledigt hatte, getan hat. Es ist eindeutig, dass Obama seine eigene Agenda nie aufgegeben hat. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte Reportern am 22. März, dass Barack Obama und Joe Biden nicht nur Präsident und Vizepräsident sind, sie sind Freunde und sie beraten sich und sprechen über eine Reihe von Themen. Sie wussten nicht genau, wie oft die beiden Männer seit dem Tag der Amtseinführung miteinander gesprochen haben, aber sie wendet, Zitat, dass unsere Teams im regelmäßigen Kontakt über eine Reihe von Themen sich besprechen, Zitat Ende. Diese Aussage ist äußerst aufschlussreich. Offenbar hat Obama ein ganzes Team von Leuten, die für ihn arbeiten, die sich von Joe Bidens Team unterscheiden. Was ist sein Team? Kann man sich es wie einen zweiten Stab im Weißen Haus vorstellen? Angesichts Bidens abnehmender geistiger und körperlicher Gesundheit. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Obama wahrscheinlich mehr Einfluss in der Biden-Verwaltung als Biden selbst ausübt. Dem Komiker Stephen Colbert sagte er letztes Jahr auf die Fragen nach einer dritten Amtszeit, Zitat, Zitat Ende. Die Leute werden sagen, das sei ein Witz gewesen. Aber glauben Sie, dass Obama in den vier Jahren seit seinem Ausscheiden aus dem Amt keine Manipulationen vorgenommen hat? Biden und Harris geben die Reden, aber Obama und sein Team sind diejenigen, die bestimmen, was die Zahlen sind. Sie haben die Regierung zum Zweck der grundlegenden Umgestaltung der Vereinigten Staaten von Amerika gekapert, wie Obama vor seiner Wahl im Jahr 2008 sagte. Die vielleicht deutlichste Beschreibung dieser Entführung finden wir in der Bibel, in Daniel 8. Die Prophezeiung beschreibt eine böse geistliche Macht. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm die tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und was es tat, gelang ihm. Strong's Concordance definiert das Wort Heer als eine Masse von Personen, besonders eine für den Krieg organisiert. Es kann sich auf eine Armee von Dämonen, Engel oder Menschen beziehen. Hier bezieht es sich auf Dämonen und Männer, die helfen, die Wahrheit zu Boden zu werfen. Wie Herr Gerard Flury in »Amerika und der Beschuss« erklärt, ist Barack Obama ein moderner Typus von Antiochus Epiphanes, einem bösen König, den Thron durch Lügen erlangte. Dann verriet er das Volk von Judah, das unter seiner Herrschaft stand, schlachtete er es ab und entweite den Tempel in Jerusalem mit einem Götzenbild von sich selbst. Obwohl die Nachrichten über Obama und seinem Ausscheiden aus dem Amt größtenteils verstummten, haben wir bei der Posaune ein Auge auf ihn geworfen. Anfang des Jahres bemerkte Herr Gerard Flury, dass Obama »im Epizentrum der Wahlkrise und der Bemühungen der radikalen Linken, die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern« steht. Er stützte seine Analyse auf 2. Könige 14, Vers 23-29, die eine von Satan geführte Bewegung in der Endzeit beschreibt, um den Namen Israels unter dem Himmel auszulöschen. Und er schrieb auch über Daniel 8, Vers 12, der eine Endzeit an Chiochus entlarvt, der die Wahrheit auf den Boden wirft, sowie auf Offenbarung 12, Vers 9. Dieser Vers offenbart, dass Satan die ganze Welt verführt hat und auf die Erde geworfen wurde. Wir bekommen derzeit einen klaren Blick auf die Agenda von diesem Antiochus. Radikale Linke haben die Maske abgenommen und Gott entlarvt ihre ganze Korruption. Wenn man die Wahrheit nicht liebt, kommt man zu dem Punkt, wo man den Lügen Glauben schenkt. Das können Sie in 2. Thessalonica 2, Vers 9-12 lesen. Amerikaner haben es erlaubt, dass sich die Situation so weit verschlimmert hat, zu dem Punkt, dass die Präsidentschaft selbst eine Lüge ist. Was wir heute in Amerika sehen, zeigt, wie wahr die biblische Prophezeiung ist. Es zeigt, wo Amerika heute steht und es zeigt auch, warum Amerika so viele Probleme hat. Die ganze Welt beobachtet die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten. Aber nur wenige verstehen, was sie wirklich bedeutet. Und welche geistigen Kräfte gegen sie kämpfen. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite diepozaune.de und beantragen Sie unsere kostenlose Literatur Amerika unter Beschuss, um zu verstehen, welche geistigen Kräfte daran arbeiten, Amerika in den Untergang zu stürzen. Das war's von uns. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der Sie leben. Mein Name ist Josué Michels.